ach so hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge mit dabei ist der schnitzel hallo der sepp hallo der punky persönlich selber und der schoxig der mikrofon deaktiviert hat ja und nicht ganz zu vergessen auch natürlich der rentner power grüßt euch ja du bist auch mal dabei wollen ich nicht unterschlagen und du hast dich beklagt du wärst in der letzten runde so wenig später gewesen also bin ich jetzt später geworden wenn man das so verkündet dann kann man nur sagen glaube ich nicht ich glaube er ist unschuldig kümmern sich heute mal seine flugsicherheit das finde ich eine gute idee nicht umbringen willst du mich abschießen oder was sollst du damit sagen ist es nicht der sp airport gewesen wir haben nicht in dieser bühne und das ist der b er nicht fertig das rennen haus ist okay wie erst du das jetzt erraten gestorben ach so und doch sie kann es nicht sein ich habe doch gesagt ich bitte es machst du denn auch nur für sachen ich habe auch kein vertrauen jetzt hier ne also hier liegt afro ich überlege gerade was man denn so schön kaufen kann auch eindeutig ich dachte ich treff den kopf an schnitzel aber ich habe einfach verfehlt wenn wir ihn dann nicht in afk schieben vielleicht kommt er wieder wenn er ist oder der letzteste überlebt dann zieht sich das ding du weißt ja nicht wohin ist anscheinend stellen wir jetzt hier alle rum und machen nicht okay wachs dir weiter ich schnauze aber langsam voll von dir du kleines bürstchen aua warum bin ich denn erschossen ja gibts weiter wie gibts weiter das war für schnitzel gedacht ich hätte es aber abgekommen ja das ist schlecht ja bleib mal stehen du kriegst von mir auch wenigstens eine ab der schnitzel hat sich aus der affäre gezogen bist du dir sicher ich war nicht nicht getroffen das stimmt man was denn ich hab dich doch gar nicht angeschossen mein freundchen mein freundchen mal her hier wie willst du denn jetzt das wird mich erschießen du wirst mich erschießen Mann ey Mann ey du bist ein Schockstick weiß er nicht wo sind die anderen beiden ist mir egal bei dir das klingt entschuldigung nein es gibt also Schockstick steht AFK Rentnerpower ist mittlerweile tot wieso warum was hast du gemacht warum soll ich was gemacht haben bin ich tot ja warum ist Rentnerpower tot Funky weg damit aha Funky ich glaube Funky ich glaube Funky ist es Chuchu Chuchu ey kommt der Chuchu wenn der Chuchu kommen soll ah verdammt ich hätte ihn einfach mit der Kroba umbringen sollen also selbst dachte wir gehen jetzt auf äh äh irgendwo auf K hin und dann bin ich auf K auf K Kloba die Kloba ich hab meinen Schreibtisch gesucht den hab ich nicht gefunden naja im Bad eher weniger äh Schockstick ja wer weiß da scheint aber grad wirklich nicht da zu sein da scheint was im Zwischenraum zu sein hm was machen wir da jetzt im Pion gehts weiter ach er schieb ja gut das wäre jetzt eine Möglichkeit aber du gehst ins ins Menü und dann gehst du zum Spieler und kickst ihn einfach hm wir kicken Spieler so was machen wir halt falsch 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 falschi 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 user nicht operator auch nicht so geht es auch so geht es auch oder da warum hast du dir jetzt zu operator gesetzt Hä? Wo ist denn das? Bin ich blind? Ich seh es nicht. Ich bin blind. Wie kippt man denn hier jemanden? Gibt es dafür keine Konsolen? Aber er ist ja definitiv tot. Gut, okay. Dann können wir weiter machen. Ja, ich bin tot. Ah, du bist ja auch wieder da. Ja, das ist halt da. Ich brauche mich telefonieren. Jo. Das ließ ich nicht vermeiden. Ja, ich halte dich schleppert jetzt. Pssst. Sepp hat auf mich geschossen. Safe hier. Dann will ich noch auf. Lass ich noch auf dich schießen. Ja, komm. Ach, du bist bis zu oben. Ne, ich schieß doch hier auf mich. Ja. Ach, Frau Schnitzel. Er meint, du, 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 du. Sag doch, Sepp was. Ist aber auch geil geflogen. Das war doch mal ein geiler Flug. Das Projekt ist für mich beendet. Ach, Sepp. Mit welchem? Warum? Weil du es bist. Weil du es warst. Weil du es warst. Wieso? Das ist nicht die Begründung, weil das wusstest du ja vorher nicht. Ne, das wusste ich nicht. Ich wollte eigentlich nur mal so auf die Fässer schießen. So als Warnmeldung. Ich konnte ja nicht wissen, dass du so weit fliegst. Vor allem weil die und ich wissen, dass ich sterbe. Ne, das habe ich auch nicht gedacht. Vor allem dachte ich, da steht Rentnerpower. Das ist ja ein cool designtes Flugzeug. Entschuldigung. Das soll doch keine Rache sein. Das tut mir leid. Du bist es also, okay. Ja, ich bin's. Ja, ich bin's wirklich. Ja, ja, mal wieder. Ja, ja, mal wieder. Mal wieder. Irgendwer ist hier gerade gestorben durch irgendeinen Fass. Weißt du, das ist denn gewesen hier? Es war... Ich glaube, er ist durch eine Explosion gestorben. Ich sag dir, dass er es ist. Ah ja. Boah, Alter. Die haben noch Windows-Faser. Ne, das ist ja nicht Windows. Das ist ja definitiv nicht Windows. Ich hoffe mal, der Typ ist der, der hilft mir. Ich kann überlegen. Und was haben wir denn hier? Ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm. Warte, warte, warte. Da ist einer von euch. Ich fange damit was an. Ich fange damit was an. Was haben wir denn hier? Ein Temporary Ordner. Dann hat er hier ein... Aha. Ein Command Prompt Fenster. Na ja. Oh. Pscht. Pscht. Ich hab nichts gesehen. Ich auch nicht. Warte mal. Da gab's noch was. Ja, warte mal, da gab's was. Da gab's. Da gab's einen Trick. Warte. Da gibt's einen Trick. Traitor ist übrigens unter uns. Ich sag dazu jetzt nix. Ich schaffe es. Oh. Nein! Verdammt! Das sind zwei schwierige Sprünge aber. Mensch, wo sind die Biop-Skills? Parcours-Skills in CS. Nein! So viele Stunden in diesem Spiel vergeudet und nix gelernt. Also einer von euch beiden ist es. Nee. Denk ich mal nicht. Vielleicht leben noch mehr. Ich hab's geschafft! Aufmöglichen dort. Nein! Ich muss dann das versprechen. Wo ist denn, Sepp? Was? Sepp ist tot. Ja, dann. Ha! Geschafft! Ich bin dann mal weg. Tschau Leute! Ja 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 ja. Wie auch immer diese Map gemacht hat. Er hat das nicht gedacht, dass es Leute gibt wie mich, die er raus... Macht's gut, Leute! Na, die kommen mal ja gar nicht raus. Das Map zu Ende. Wer ist denn da draußen? Wollte Sepp nicht schon tot sein? Er rennt dann noch rum. Bist du grad out of maps? Schoxig. Hast du nicht gesagt, Sepp hat sich umgebracht? Warum schießt ihr auf mich? Schoxig. Er hat... Er hat mir gesagt, ne? Na ja, mach dir nur. War ich nicht? Ich bleib jetzt hier drin, ne? Nämlich umbringen wollt. Puh! Du 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 du. Ich bin übrigens gleich tot. Ich hab Angst, ich renne mir nur weg von 9. Wollto. Das Problem ist... Ich komme nicht wieder rein. Ich beobachte das von außen, die Situation. Irgendeiner von euch hat mich untergeschlossen, noch 3 zu nehmen und Sepp war's nicht. Du wachst's rennt, ne? Ich war gar nicht. Ich hab nicht so'n aim, ich treff nicht. Ich auch nicht. Punky ist tot. Und sogar confirmed tot. Der predet einfach nicht mit uns, weil Sepp uns anscheinend nicht mag. Ah, ich würde dann schießen, wenn ich ihn sehe. Ja, und? Mann, jetzt komme ich dann nicht wieder rein. Hm, jetzt. Wie kommt man denn hier wieder raus? Was ist das jetzt? Können wir hier ja schießen? Das tut Schoxik. Ich glaube, das war einfach nur Sepp. Ich weiß nicht, wo Sepp ist. Das war's. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hier bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Wir müssen das so bewusst sein. Das ist irgendwie... danke dafür freut mich halt immer noch wo Sepp ist ja ich würde gerne mal was wissen ja wenn wenn er mich konfirmt dass ich tot bin und mich da wiederbelebt seht ihr das im tap ja ich habe ihn wiederbelebt habe ich meine thomas gegeben und dachte er hilft mir aber thomas kann ich nicht aufnehmen ich kann sie nicht aufnehmen weil eigentlich den boomerang kann man ja auch aufnehmen deswegen wusste ich jetzt nicht warum ich sie nicht aufnehmen kann ich bin schon wieder auf der mauer ich dachte einfach ich bleibe Sepp wieder der hilft mir juhu weiter gehts die parkierer war erschossen als er vorbeikam entschuldigung ja ist ja in ordnung ist ja legitim wir haben uns ja wieder lieb hast du parkier umgebracht klar ja ja jetzt nicht mehr entschuldigung ich habe es schon gehört leicht angehittet diese könnte es sein es war von weit weg ne einen schuss habe ich auch noch nicht ne wir waren gerade alle zusammen also ich war es definitiv nicht na aber du warst weit weg weit weg in dem schuss vorsicht punky ist es ich bin es doch nicht natürlich warum schießt du auf die fässer wo du gerade eben schon drauf geschossen hast ich bin fast schon wieder tot ich bin fast schon wieder tot ich hätte ein Mordeinschlag sein können ich hätte ein Mordeinschlag sein können also ist es entweder schnitzeln oder du Sepp dann bist du es nö ich bin es nicht ey danke ähm was soll jetzt dieses aim mir sagen unter scheiße ich bin es mir nicht dann erschieße ich heute den nächsten den ich sehe irgendwann muss das ja sein Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, aber da war doch eben keiner. Na, ich war doch daneben. Hab ich nicht gesehen. Ich hab aus einem anderen Winkel geschossen. Die waren einfach ein bisschen weiter weg. So, na gut. Das war's dann auch wieder mit dieser Folge TTT. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.